hallo und willkommen bei einer weiteren folge don't bite me baby oder don't bite me bro in letzter folge haben wir doch unser kleines lager gut ausgebaut und wir links unten senken kommen jetzt mittlerweile schon zwölf zombies auf uns so mittlerweile sollten wir mal ein bisschen was farmen gehen munition zum beispiel wäre schlecht vielleicht andere überlebende die uns beim verteidigen helfen und leider seht ihr noch die maus zeige es tut mir leid aber wie gesagt beim nächsten mal beim nächsten mal was muss ich tun und ein bisschen munition zu bekommen von euch meine freunde wo bin ich überhaupt da ist ein weißer punkt da oben was ist das ich geh mal schauen hallo ein riesen unbeknochen was bekomme ich von dir gib mir gib mir ja es bringt nichts oder ist es nur der eingang zur höhle ich werde zuerst diese zombies und dann laufe ich schnell rein und urkunde die höhle vielleicht ein bisschen aufladen noch überleben danke und inzwischen pflanze ich noch mal schnell das da rein ja ok kann nicht mehr so sie sind hier noch nicht auch gleich geht zu ziehen wo seid ihr denn ja wo seid ihr denn von da drüben ist gekommen oder ja da kommen sie ja folgt mich so schnell aufladen hoffentlich habe ich noch genug ok ich habe nicht genug so jetzt laufe ich schnell bevor die kommen vielleicht haben wir einen überlebten der wirklich auch immer überlebt wenn ich da bin ich musste schon zwei opfern loading oh ich kann mich hier auch aufladen und aha die bleiben stehen die kommen gar nicht weiter das ist mal nice wieso habe ich das getan oh munition sechs schuss sechs schuss ähm äh 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 gek äh 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 ich mag es nicht so schnell ich mag es nicht so schnell ich liebe dich und einmal noch und einmal noch na komm schon das ist der wahnsinn Christo bist beim Ziel der Beste also da also schau ich dachte schon wo ich schon hin wo muss ich denn jetzt hin kann ich hier rein nein kann ich nicht rein kann ich hier rein nein kann ich auch nicht ach so ich muss hier rein ich hänge immer fest Moment Moment und einmal noch jetzt ein bisschen mehr aufpassen jetzt ein bisschen mehr aufpassen ich möchte ein bisschen mal zu was funktioniert das nicht so und einmal noch oh nein und nochmal und nochmal weg ja habt ihr jetzt getroffen hm wenn ich stehen bleibe ist es viel einfacher oh oh Gott sei Dank da bitte noch da bitte noch kann ich so kann ich auch nicht alter alter 18 Schuss hier komme ich aber nicht weiter ne ne das heißt ich muss aus südlich geht auch noch weiter ok können wir hier wohl lang uuuuuh oh mein Gott oh mein Gott ich bin im Schlaraffenland 42 und es geht weiter 66 ja jetzt kann es kommen was haben wir denn hier noch ähm was ist das hallo Donut was passiert was passiert oh ich bekomme jetzt noch also oh ich kann dich auch zerstören hm halt Laten gib mir deine Lotte mein Freund 22 immerhin und jetzt in den Süden hier ist ok loading ok jetzt sieht aus wie der Anfang achso stufe 2 jetzt ok oh das wollte ich nicht oh das wollte ich nicht tut mir leid mein Freund warte 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 bumm oh einer reicht mir einer reicht mir oh 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 ein Schlag aus warte 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 oh 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 so hier sind wieder ok nein 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 ich sollte mal schießen lernen so ah ah jetzt kommen alle ok das war vielleicht nicht so ok er braucht ihm beim nachladen etwas so sind die hier wieder so wie soll das denn nicht ausweichen nicht ausweichen nicht ausweichen oh ähm knall dir eine dann knall dir noch eine jetzt und jetzt aber und einer noch einer noch einer geht noch einer geht noch gleich so bitte ein lager bitte ah Gott sei tag ähm was ist jetzt ist das zeitlich begrenzt habe ich das übersehen irgendwo ok dann nochmal leck mich am Arsch ok das war ein äh dann zuckt noch einer moment moment so und einer noch so das war's doch äh hier lang nein 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 das läuft doch das läuft und nochmal oh der ist weg ok nein der letzte noch so schnell irgendwo hin bevor er mich wieder zurück teleportiert so schnell irgendwo hin nein ich muss mich so aber ich muss mich so verpassen so und boom daneben der fesseln daneben ich stehe aber hier hin nein ich sterbe gleich durch und und der noch so Gott sei Dank habe ich mit Munition oh mein Gott ich habe einen Ball gefunden Habe ich jetzt was gewonnen was verdient boah jetzt muss ich auflangen das war doch eine der Kugel die am Anfang irgendwo hingerollt ist oh Essen 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 und Herzen oh so viele Herzen dann setzen wir ein paar Maisfelder an einmal hier einmal hier einmal dort einmal hier machen wir mal ein bisschen mehr wir haben ja so genug Herzen so so ups das wollte ich nicht so 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 sieht doch scheiße aus nicht oh jetzt sieht schon besser aus so sieht schon besser aus ähm warten wir die ab oder laufen wir schon ins Dorf ich denke wir warten ab die wachsen nach das ist gut ich brauche keine Bäume zu ich möchte mal mein Lager upgraden mal schauen was wir so was wir da für haben so den großen nehmen wir noch na wirst du und boom jetzt komme ich zum anderen okay ist egal so dennoch die kleinen kann ich eigentlich lassen eigentlich oh sie greifen ja die kannst du ruhig noch mitnehmen danke so mal schauen was von welcher Seite diesmal kommen hier nicht hier höre ich auch nichts wo seid ihr denn wo seid ihr denn auch hier so ich mache mal auf mich aufmerksam ok es hat nichts funktioniert es hat nichts funktioniert schön so eine zu mir alle zu mir war ja easy jetzt können wir uns aber aufladen ähm nochmal nochmal ok ah ja die Kugel hier ist weg und jetzt oh die ist weit weg wir müssen jetzt äh was ist ein Farmer hier ist auch jemand Moment mal ist das ein Überlebender hier ich rette dich ich rette dich ja ja hier komme ich und rette dich help find my partner jawohl ich weiß nur das komm mit mir mit man hey komm mit ich schieb dich zu meinem Lager ok wedel nicht so mit der Knalle rum ich nehm dich mit gleich ist eins schlank nein gar nicht hey alter geh mit was gehört geh mit find my partner karte war hier ja ich schau mal einfach ob das der Typ da oben ist ich muss zuerst warte mal ja geh von dich weg da ist noch einer nein geh weg ja oh das ist noch das war jetzt leicht ähm eh so alter kann ich so leicht ja oh tut mir leid oh ja ja oh komm her ja 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 kommst du mit mit mir steigst du mit mir ein ho 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 ich hab eine Freundin absolut absolut leid absolut mir auch leid ähm ähm nicht da rein geh rein da ok ja sie geht gleich auf die Wand kein Problem jetzt mal aufladen yeah jetzt kann ich meine Turm bauen ähm andere Attack komm schon gleich oder es geht nicht raus es geht nicht raus so Moment alles abgeben alles abgeben so jetzt sind sie aber da jetzt sind sie da von wo kommen sie diesmal von ach du meine Güte ähm 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 nein nein verschwindet und oh wieder geschafft wir bauen wieder auf also ja ich weiß es war Nummer 9 jetzt und eher noch einen ja so jetzt ist alles wieder schön kann ich mich aufladen kann ich nicht ah na so einer ist noch jetzt ist sie mal sehr schön symmetrischer ähm Upgrade brauche ich 100 Stück ok darf ich nicht ich geh nochmal zurück das Auto ist nämlich nicht mehr dass ich auch furchtbar zum Fahren und wie schaut's aus mit deinem Freund hey mein Partner Partner wo ist denn der nächste zweimal links der Farmer so kann ich hier durch natürlich nicht ähm kann ich hier drüber ähm kann ich hier drüber natürlich nicht toll jetzt gehen wir vermutlich den längsten Weg oh hier muss ich rein hier ist doch nicht weitere Kugel rein geplupst woops loading ist hier jemand drin anscheinend nicht ja alle schneiden wir mitnehmen alle schneiden wir mitnehmen was ist jetzt los was so kurz Zeit da weile ich mich jetzt na super was ist denn das was ist denn das oh da sieht aber alles aus so kommt er her noch mal noch mal noch mal noch mal aber nochmal einmal nein so das was jetzt auf land hhhhhhhhhhhhhh ok weg von mir Und jetzt der Große, und der Große. Da unten war was zum Auflanden, oder? Jetzt nicht mehr. Bitte geh weg, bitte geh weg. Nein, geh weg. Oh Gott sei Dank, oh Gott. Oh, hier unten, oh hier unten. Ich bin hier? Oh, und jetzt hier, und jetzt hier, und oh mein Gott. Ich bin im Himmel. Alle schnell mitnehmen, alle schnell mitnehmen. Oh, ich hab schon über 100. Mehr, 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 mehr. Nicht weg, nicht weg, nicht weg. Bleib bei mir, bleib bei mir. Oh, jetzt ist es weg. Und jetzt hier oben, was haben wir denn? Sorry, hier ist ein, oh, wo bin ich jetzt? Ach so, jetzt kommt Stufe 3. Muss ich mich nochmal aufladen? Ja, ich lade mich nochmal auf. Hoffentlich kommt der Boss gleich. Oh, da war der neben. Oh, da, oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Oh, da wird das immer einfacher. Oh, yeah. Uh, uh, uh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht's schnell aus zum Heilen. Lang halte ich das nicht mehr aus. Hier will ich nicht hin, hier will ich nicht hin. Wenn ich zurückgehe, sind die wiedergegen. Vermutlich. Ja, ja, ja. Nein! Fuck. Ich war so nah dran. Wo bin ich nicht? Nein, wollen Sie auf? Oh, was ist mit? So, schnell fahren wir. Schnell fahren wir. Mann. Es geht für's schnell. Komm, ich euch. Hoffentlich ist die Aufreitung gleich wie vorhin. Komm, ich bin ja auch mit. Komm her. Komm her, komm her. Oh, nein. Ist nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, nein. Oh, nein. So, besser nicht. So, nein. Nein, nein, nein. 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 Ah komm, die Knochen verliere ich nie! Warten die hier auf mich? Gott, ich wäre immer schlechter jetzt auf einmal! Ach du meine Güte! Oh, 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 oh! Oh Mann! Was sieht der aus? Nur noch zwei! Oh, ein Lager! Oh Gott sei Dank! Und schnell das! Oh Mann! 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 Noch mehr weg mit euch! Nein! Ich hab schon angeschossen! Verschwindet! Nein! Nein! Oh Mann! 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 und rechts ist der Boss anscheinend hey, ist ja hier unten so, kann ich jetzt schon? ich kann schon hallo mein Freund, hallo warte kurz, warte kurz yes baby nein, bleib hier bei mir bleib hier und das war Nummer 2 so, schnell zurück ins Lager ich lauf mal, ich lass euch alle da und umkreisen, hier umkreisen, hier ja, so, schön, so, schön bisschen schnell bewegen wir müssen vor der Herde hier sein ups so, und bevor die Herde hier ist sage ich mal, danke fürs Dusehen falls es euch gefallen hat, würde ich mich über die Likes oder Kommentare freuen wie gesagt, wenn es sich was über die Knochen war jetzt bitte schreibt es mir rein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge scheiße sch sch sch